Moin, schön, dass ihr wieder am Start seid hier auf meinem Brettspielkanal. Ich habe heute ein kleines Special gespielt für euch, denn ich habe am Wochenende mit sehr vielen Freunden zusammengesessen und wir haben sehr viele Brettspiele gespielt, denn ich habe quasi den tristen November mal zum Anlass genommen, um meine einzelnen Brettspielrunden so ein bisschen zusammen zu trommeln und sie hierher zu mir einzuladen und ja, um ein Brettspielwochenende mit denen zu machen. Und ja, wir waren tatsächlich dann doch bis zu neun Leute am Samstag, also wir haben das Ganze von Freitagabend bis Sonntagvormittag gemacht und ja, teilweise zu neun, teilweise waren wir dann zu fünft, wir waren so ein kleiner harter Kern, sag ich mal, und es sind dann immer wieder Leute dazugestoßen und ja, ich möchte euch gerne berichten, was ich am Wochenende alles gespielt habe, denn es waren tatsächlich elf verschiedene Spiele, die ich gespielt habe, beziehungsweise ja, doch elf verschiedene Spiele, aber ein paar mehr Partien, weil wir manche Sachen auch doppelt gespielt haben. Und es sind wieder richtig coole Spiele auf den Tisch gekommen, teilweise Neuheiten, teilweise auch Spiele, die ich vor kurzem auch schon mal gespielt hatte, aber insgesamt ja, eine richtig bunte Mischung und ich würde sagen, wir fangen einfach mit dem ersten Ding an, ich mache das Ganze auch ein bisschen kürzer als sonst, damit wir auch mit den elf Spielen durchkommen und los geht's. Das erste Spiel, was ich gespielt habe, ist Evergreen. Ich habe das, ja, schon mal, glaube ich, schon mal von berichtet und Evergreen, richtig cooles, kleines, ja, das ist das eigentlich so ein Pflanzenlegespiel, möchte ich sagen. Wir haben so ein cooles Doppellayer-Playerboard, auf dem wir unsere Pflanzen setzen, unsere Bäume setzen und dann kommt die Sonne immer von unterschiedlichen Seiten und möchte die einzelnen Bäume anstrahlen und dann kriegen wir Punkte für die einzelnen Bäume. Das Ganze funktioniert mit so einem Card-Drafting-Mechanismus und hier gibt es so verschiedene Biome, die dann auch nochmal unterschiedlich viele Punkte bringen, je nachdem, wie viele große Bäume man da drin hat. Ja, und dann kann man sich quasi immer Karten aussuchen, da die Fähigkeit nutzen und dann noch eine zusätzliche Aktion machen. Jeder hat so ein unterschiedliches Board, also jeder hat so ein Board, die sind alle gleich tatsächlich, aber jeder spielt auf seinem eigenen Board im Gegensatz zur Photosynthese. Und ja, wirklich schönes, kleines Spiel, ein kleiner Absacker, muss ich sagen, denn das der Einzelne dauert einfach wirklich nicht so lange. Das haben wir ganz, um drei Uhr nachts haben wir das, bis drei Uhr nachts haben wir das noch gespielt, also ich glaube um zwei oder so haben wir es angefangen und dann haben wir noch kurz vorm zu Bett gehende Partie gespielt. Hat wieder Spaß gemacht, muss ich sagen, mein erster Eindruck wurde bestätigt. Tolles Spiel, bleibt in der Sammlung und wird auch als Absacker immer mal wieder hochkommen und ich muss sagen, ich finde es einfach besser als Photosynthese, ja, gerade weil man etwas solitärer auf seinem eigenen Board spielt. Das zum Spiel Nummer eins. Dann das Spiel Nummer zwei, auch ein richtig, richtig cooles Spiel, was wir gespielt haben und zwar haben wir mal wieder Lacrimosa gespielt. Hatte ich, glaube ich, auch schon mal von berichtet, diesmal in einer Zweispielerpartie und ich wurde, ja, ich wurde gnadenlos abgezogen, hat mir jetzt trotzdem Spaß gemacht und ja, Lacrimosa ist wirklich ein tolles, fluffiges Kennerspiel mit einem richtig schönen Kartenmechanismus, mit straighten Aktionen, mit einem schönen Artwork. Thematisch hatte ich, glaube ich, beim letzten Mal gesagt, kam es bei mir noch nicht so ganz durch und es kommt auch tatsächlich immer noch nicht ganz durch, aber ich finde es trotzdem ein schönes Kennerspiel, ein schönes, ja, Spiel, bei dem wir, ja, die unterschiedlichsten Aktionen machen können, bei dem wir unterschiedliche Strategien fahren können. Ähm, finde ich richtig, richtig cool. Das Einzige, und das hatte ich, glaube ich, auch letztes Mal schon gesagt, ist dieses Board, dieses mit den Karten rein- und rausstecken, es ist ein bisschen friemelig. Mir wurde gesagt, dass man die Karten auch gesleaf dort reinstecken kann, das hatte ich jetzt nicht ausprobiert und ich bin erstmal davon ausgegangen, dass man es nicht kann, aber man kann es wohl. Ähm, trotzdem ist dieses, dieses rausnehmen und reintun, ja, du brauchst halt deinen Platz, um deine Karte rauszuziehen. Ähm, ich finde, es hätte gereicht, wenn man die Karte einfach irgendwie aufs Board legt, irgendwie oder so drüber legt oder weiß ich nicht was. Ähm, ist ein schönes Gimmick, äh, fühlt sich dadurch auch so ein bisschen wertiger an das Spiel, auch von den Komponenten her, ähm, ja, gefällt mir richtig, richtig gut, es hält, was es verspricht, bei jeder Partie, muss ich sagen, ähm, wird wahrscheinlich sogar ein Dauerbrenner noch werden im Laufe des Jahres, wird es weiterhin gespielt werden, cooles Teil auf jeden Fall, Lachrimosa. Dann zu einem Spiel, ähm, ja, da habe ich, glaube ich, auch einen relativ positiven Ersteindruck von gehabt und auch, ja, die weiteren Partien haben das bestätigt. The Wolves. The Wolves, ein super gestreamlinedes, ähm, Area Majority, Area Control Spiel, bei dem wir, ja, so ein Rudel Wölfe spielen. Es gibt da so Alpha Wölfe und normale Wölfe und dann können wir kleine Höhlen bauen und irgendwie noch größere Höhlen bauen und dann versuchen wir nach und nach die einzelnen Wertungen zu gewinnen beziehungsweise in diesen Wertungen teilzunehmen, damit wir Punkte bekommen und wir versuchen unser, ja, Rudel irgendwie zu verbessern, um Punkte zu, ja, Punkte zu erlangen. Und das Ganze ist einfach, es wirkt erst mal sehr, sehr groß und sehr lang, wenn man halt sich so überlegt, okay, wir haben hier verschiedene Wertungen, die irgendwann ausgelöst werden, aber das Ganze geht so schnell, es ist so schnell vorbei, so schnell kann man quasi fast gar nicht gucken und das finde ich einfach gerade das Schöne an dem Spiel, denn es ist nicht so dieses stundenlange, ich schiebe irgendwelche Wölfe von A nach B und versuche mir irgendwelche Kontrollen zu sichern, sondern es ist, es geht ratzfatz, es ist wirklich, also man kann natürlich auch die Geschwindigkeit ein bisschen bestimmen, je nachdem, wie viele Plättchen man immer vom Board verdrängt, aber so wie wir es gespielt haben, dass man sich erst mal, ja, diese Lone Wolves holt, irgendwie in erster Linie, um, ja, das Pack ein bisschen zu vergrößern, dann verdrängt man mal den einen oder anderen vom Board oder konvertiert den Wolf in seinen Rudel und dann ist das Spiel super schnell gespielt, weil die Spiel-, äh, oder die Wertungen, die einzelnen halt super schnell ausgelöst werden und, ja, ich muss sagen, es ist ein super gestreamlinedes Ding, die Aktionen sind so dermaßen einfach, dass das, also für mich ist das so ein typisches Spiel, easy to learn, hard to master, wobei man sagen muss, dadurch, dass hier sehr viel Interaktion ist, muss man natürlich auch immer nicht nur das Spiel mastern, sondern auch seine Gegner, ähm, ja, gefällt mir richtig, richtig gut, tolles Ding, The Wolves. Dann zu einem Spiel, ja, ähm, es ist einfach ein Partykracher oder es ist, was heißt Partykracher, es ist einfach ein grandioses Spiel für eine größere Anzahl von Personen, wie ich finde, denn Agent Undercover, ja, macht, ich finde, es macht so eine, auf eine gewisse Art und Weise süchtig, muss ich sagen, ähm, das Ding ist für, das Ding ist für drei bis acht Spieler, ungefähr, ja, 60 Minuten, wobei man das entweder fünf Minuten spielen kann oder halt auch zwei Stunden spielen kann und, ähm, ja, das Coole ist hier, wir haben halt, ja, so ein bisschen, es ist so ein ganz leichtes Rollenspiel, ähm, und, ja, es ist, entwickelt sich auch so ein bisschen so ein Metagame innerhalb einer Partie, also so auch so mit Insidern vielleicht und, ähm, ja, es ist ein ganz, ganz schönes, ähm, ja, Social Deduction Spiel und wir sind hier, ja, wir sind hier quasi Agenten und es gibt, ja, beziehungsweise, na, ja, doch, wir sind, wir sind Agenten und es gibt aber auch einen Spion und die Agenten, die befinden sich an einem Ort und sie kennen den Ort und der Spion kennt diesen Ort aber nicht und die Agenten wissen aber nicht, wer der Spion ist, der den Ort nicht kennt und dann muss man sich immer gegenseitig Fragen zu diesem Ort stellen und wenn man Agent ist, möchte man natürlich irgendwie den anderen Agenten, ähm, ja, wissen lassen, dass man weiß, an welchem Ort man ist, damit man nicht verdächtigt wird von denen, äh, auf der anderen Seite muss man aber auch immer aufpassen, dass man nicht zu viele Informationen preisgibt, damit der Spion nicht errät, an welchem Ort man ist. Es gibt halt, naja, eine bürgerische Auswahl von Orten, also der Spion kann dann quasi durch Ausschlussverfahren so ein bisschen, ähm, ja, erraten, an welchem Ort man sich wohl befindet und der Spion gewinnt, wenn er den Ort errät oder wenn ein Agent fälschlicherweise verdächtigt wird und das sozusagen durchkommt einstimmig. Ja, richtig cooles Ding, wir haben viel gelacht, ähm, man muss tatsächlich auch so ein bisschen aufpassen, dass man die Fragen richtig stellt, weil man so Ja-Nein-Fragen sind immer sehr schlecht, weil, ne, man kriegt halt ein Ja oder ein Nein, da bekommt man aber nicht besonders viele Informationen und kann auch relativ wenig Informationen, ja, oder gute Informationen preisgeben, muss man immer gucken, dass die Fragen halt gut gestellt sind, ähm, aber wenn man es ein paar Mal gemacht hat und ein bisschen reinkommt, ähm, dann kriegt das eigentlich auch jeder hin und, ja, macht richtig viel Spaß. Richtig cooles Ding. Agent Undercover, ich glaube auf Englisch heißt es, glaube ich, Spyfall oder so, naja, von Piatnik-Spiele. Cooles Teil. Dann haben wir, ähm, ja, noch zwei Neuheiten gespielt. So, äh, ich möchte euch trotzdem davon erzählen, obwohl wir, obwohl ich das, äh, ich muss sagen, das ist ein wirklich ein sehr erster, ähm, sehr oberflächlicher Eindruck von den Spielen, die ich habe. Ähm, ich möchte euch trotzdem kurz berichten und zwar, das eine ist Terrakotta Armee. Nee, also die Terrakotta Armee, auf Englisch Terrakotta Army. Das Ding haben wir jetzt auch endlich mal gespielt. Ich habe mich am Samstag, ja, am Samstag habe ich mich zwischendurch mal hingesetzt, während die anderen was gespielt haben oder auch Regeln gelesen haben und habe mir dieses und auch das nächste Spiel reingezogen. Und, ja, ich war, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man dann, wenn man dann Regeln liest und dann hat man vielleicht, ja, hat man vielleicht so einen Nebensatz nicht ganz richtig gelesen und, ähm, das war hier bei diesem Spiel tatsächlich der Fall und ich habe eine Regel falsch verstanden oder beziehungsweise wir haben es dann auch falsch gespielt und das hat mir so ein bisschen die Partie vermasselt, sag ich mal, also von den Punkten her so ein bisschen, also ich hätte sowieso nicht gewonnen, auch wenn das anders gewesen wäre von den Regeln her, aber so vom Feeling oder von der Stimmung, sag ich mal. Und dann kam noch hinzu, dass wir bei Terrakotta Armee doch sehr lange gebraucht haben für unsere Züge. Das war zumindest meine, meine Wahrnehmung. Ähm, was machen wir bei Terrakotta Armee? Wir versuchen, ja, eine Terrakotta Armee zu bauen und zwar mit der Ressource Lehm. Und diese Terrakotta Armee versuchen wir dann nach und nach in das Mausoleum zu stellen und dort durch verschiedene, ja, Platzierungen und durch verschiedene, ja, Kombinationen von Gruppen, Gruppenbildung und so, äh, Punkte zu erlangen. Und, ja, ist eigentlich ziemlich cool. Ist eigentlich ein, ja, so ein klassisches Euro, möchte ich sagen. Und es hat einen sehr außergewöhnlichen Aktionsauswahlmechanismus, denn wir haben am, in der Mitte so ein Rad, was quasi aus zwei Scheiben und einem äußeren Ring besteht, also quasi, ähm, drei Aktionen pro, ähm, ja, es sind drei Aktionen pro Worker Placement Feld. Und die, das innere Rad und das mittlere Rad kann man halt noch bewegen. Das eine immer im Uhrzeiger sind, das andere gegen den Uhrzeiger sind. Und, ja, wenn man dran ist, kann man halt entweder sich eine Sektion aussuchen mit diesen drei Aktionen oder man bewegt halt eins der Räder vorher noch, um dann sozusagen die Aktionskombinationen zu ändern. Und das ist halt, pfff, also da kann man so viel nachdenken, weil man ja quasi nicht nur drei Aktionskombinationen hat, sondern quasi fünf Aktionskombinationen, wenn man durch das eine drehe oder das andere, ne. Und, und dann hat man ja unendlich viele Aktionen, die halt noch frei sind, immer in diesen Dreierkombinationen zur Auswahl, die man irgendwie alle verändern kann. Und das ist, das ist einfach too much, muss ich sagen. Das ist too much für Gruppen, bei denen quasi das hier, der nicht nur auf dem T-Shirt steht, sondern die das halt auch leben. Nämlich die einfach viel zu lange nachdenken und quasi die Züge bis zum Letzten optimieren wollen. Und, ähm, ich hatte bei der Partie den Eindruck, dass die Downtime viel zu lang war. Ja, und so hat quasi der Spaß auch so von Zug zu Zug abgenommen. Und, ähm, ich muss sagen, ich, ich will es nicht zu sehr, zu sehr branden am Anfang oder jetzt irgendwie zu sehr schlecht machen am Anfang. Vielleicht hatte ich auch einfach, vielleicht war es auch einfach nur Pech oder es war einfach nur, weil es die erste Partie war, weil man noch nicht so genau wusste, was man macht. Und auch die Konsequenzen noch nicht so ganz klar sind von den Sachen, die man da so machen konnte. Ähm, aber ja, das war so, ist so mein größter Kritikpunkt. Terrakotta-Armee. Grundsätzlich ein geiles Judo mit coolen, auch so, ja, Punkte-Mechanismen, Aktions-Auswahl-Mechanismus, aber Downtime, ah, das war schon, das war schon an der Grenze, muss ich sagen. Hui, das waren schon wieder fünf Spiele. Ähm, wir sind quasi fast bei der Halbzeit und die Gelegenheit wollte ich nochmal kurz nutzen. Ähm, ja, wenn euch das Video gefällt, wenn ihr mehr von Spielen sehen wollt, wenn ihr, ja, mehr von der Brettspielwelt sehen wollt, dann, äh, abonniert meinen Kanal, lasst ein Abo da, macht die Glocke an, gebt mir einen Daumen nach oben, falls euch das Video gefällt. Ähm, ja, das ist eine Win-Win-Situation und ich würde mich über eure Unterstützung natürlich sehr freuen. Und jetzt geht's weiter mit den nächsten sechs Spielen. Und das zweite Spiel, das ich mir auch noch reingezogen habe, von den Regeln her, direkt hinterher, das ist Starship-Captains. Haben wir dann auch die erste Partie gespielt. Und ich muss sagen, es ist ungefähr so, das, was ich erwartet habe. Ähm, es ist nicht eins der ersten Spiele, die ich von meinem Pile of Shame, ja, runter, heruntergenommen habe und unbedingt spielen wollte. Und ich muss sagen, es ist wahrscheinlich auch zu Recht nicht einer der ersten Spiele gewesen. Es ist ein nettes Weltraumspiel für Familienspieler Plus, würde ich sagen. Also, das, äh, wir, wir sind ja hier so eine Crew, die wir in unserem kleinen Raumschiff haben. Wir haben immer so einen Besatzungsraum oder so einen Crewraum, wo die Leute bereit sind zu arbeiten. Die kann man dann irgendwo hinschicken, in irgendwelche Räume oder irgendwelche Missionen abschließen lassen. Und wir haben so eine Warteschlange, wo die, äh, Leute dann quasi Pause machen, die wir dann immer so durchschieben. Und, ähm, ja, dann fliegen wir auf so einer großen Karte von Planet zu Planet, versuchen da Missionen zu reservieren. Wir versuchen, gegen Piraten zu kämpfen. Wir können dann Leute einsetzen in unsere Räume, um Aktionen auszulösen. Und, ja, es ist, ähm, es ist nett. Also, auf den Karten, die sind natürlich, alle haben alle natürlich irgendwie einen Bezug zu Star Trek. Oder, ich weiß gar nicht, Star Wars habe ich tatsächlich nicht gesehen. Ich habe viel Star Trek, äh, Layouts gesehen. Also, Bilder, die so ein bisschen, ähm, ja, daran erinnern sollen. Und, ja, und sonst hat es einfach, ach, ja, es ist ein nettes Spiel. Aber es ist jetzt nicht so dieses Euro oder nicht so das Kennerspiel, was ich irgendwie so regelmäßig mal auf den Tisch bringen würde, weil es mir besonders viel, äh, Spaß macht, das irgendwie zu, mich da drin zu verbessern oder irgendwie zu optimieren. Sondern das ist tatsächlich eher so, glaube ich, an die, ja, die Einsteiger gedacht, an die Familien gedacht, die irgendwie lustig durch den Weltraum fliegen wollen, mal lustig Missionen machen wollen. Ähm, daher würde ich sagen, ja, ist tatsächlich ein Familienspiel plus. Ein seichtes Ding. Ähm, ich habe tatsächlich nicht so viele in meiner Sammlung von diesen seichten Spielen. Daher wird es auf jeden Fall in der Sammlung bleiben. Und das ist dann, ja, keine Ahnung. Wenn man vielleicht nicht Tiny Towns spielen will, ähm, und nicht Quacksalber spielen will, oder, ja, und dann hört es eigentlich auch schon auf in meiner Sammlung an solchen Spielen, dann kann man halt wirklich ganz gut Starship Captain spielen ist wirklich nicht kompliziert. Ähm, die Regeln sind vielleicht ein bisschen zu kompliziert für Leute, die noch gar nicht gespielt haben, aber irgendwie, das groovt sich dann ein und, ja, nettes Ding auf jeden Fall. Aber so vom Niveau her, wenn ihr was, was Anspruchsvolles sucht oder was Anspruchsvolleres, dann seid ihr bei dem Ding, äh, verkehrt. Starship Captains. Genau. Dann haben wir noch ein Spiel gespielt. Jetzt kommen wir zu den Spielen, die ich, ähm, selbst nicht hier habe. Und zwar ein richtig geiles Game. Und wir haben es auch zweimal an dem Abend gespielt in der großen Gruppe. Einmal zu sechst und einmal zu neunt. Und zwar Ready, Set, Bet. Ready, Set, Bet ist so ein, ähm, ja, ist ein Pferderennen-Wettenspiel. Dazu muss ich sagen, ähm, ich weiß gar nicht, muss man jetzt eine Warnung aussprechen mit, ähm, ja, Wetten kann gefährlich sein und Glücksspiel kann gefährlich sein. Das ist auch alles so. Ähm, wir spielen bei dem Spiel aber ja nicht um echtes Geld. Und daher würde ich sagen, ist erst mal okay. Aber wenn ihr dafür, äh, quasi anfällig seid, dann solltet ihr das nicht ausprobieren, ähm, für so Glücksspiel-Sachen. Aber insgesamt hat mir das Spiel wirklich sehr gut gefallen. Ich bin auch jemand, der sehr gerne mal irgendwie einmal im Jahr gehe ich irgendwie ins Casino oder ich, äh, ich poker auch gerne so. Für mich ist so, ja, dieses Casino-Feeling und, und so, keine Ahnung, Pferdrennen-Wetten, das finde ich einfach, ich mag sowas einfach. Und, ähm, und ich hatte auch das Gefühl, dass die ganze Gruppe oder jeder, der es gespielt hat, auch richtig viel Spaß hatte. Und das Ding ist, ähm, ja, wir hatten auch tatsächlich so viel Spaß, weil wir jemanden hatten, der den, ja, den Kommentator, der den Moderator gespielt hat. Viele Grüße an Dennis. Der hat das nämlich zweimal übernommen. Und das ist halt, man kann das natürlich auch mit der App machen, aber es ist halt geil, weil es gibt quasi, dieser Moderator, der hat halt so ein Tableau vor sich, wo die Pferde draufstehen und der würfelt dann immer und er setzt, ja, je nachdem, was gewürfelt wurde, immer die einzelnen Pferde nach vorne. Und dann, ähm, ja, wenn man dann halt noch gut im Reden ist und irgendwie das so ein bisschen die Leute anheizen kann und so ein bisschen Stimmung machen kann, dann ist es halt mega cool. Und die anderen Leute stehen dann um so ein großes Spielbrett, Spielbrett rum, haben alle so Wettchips und können dann auf die einzelnen Pferde wetten, in live dann quasi, während diese Pferde da hochlaufen. Und dann geht es tatsächlich einfach darum, am meisten Geld zu gewinnen. Es gibt dann noch so Special-Karten, die einem irgendwie vielleicht immer eine Münze geben, wenn man, wenn irgendwie das, das Einser-Pferd läuft oder es gibt, äh, Karten, die einem irgendwie einen zusätzlichen Chip geben und dann, ja, muss man halt wetten und muss dann schauen, dass man auch die Kosten irgendwie bezahlt für seine Wetten, die man verloren hat und so. Alles schon sehr, sehr cool und es hat richtig viel Spaß gemacht. Ähm, ja, richtig geiles Game. Ready, set, bet. Ich habe es leider auf der Messe nicht mehr bekommen. Ich hätte es auch auf dem Schirm, aber war dann sehr schnell ausverkauft. Ich bin mal gespannt, ob ein deutscher Verlag das, ähm, ja, lokalisiert. Ich weiß davon im Moment noch nichts. Ähm, ist aber dadurch, dass das ja dieses Glücksspiel-Thema hat, bin ich mir unsicher, ob da sich ein Verlag, ein deutscher Verlag rantraut, aber, äh, grundsätzlich richtig cooles Spiel und, also, theoretisch, äh, ich weiß gar nicht, das kann man auch einfach so spielen. Da braucht man ja nicht viel für. Keine Ahnung. Könnte auch ein, ein Print and Play sein, sag ich mal, mit zwei Würfeln. Aber, ja, mega, mega cool. Ready, set, bet. Dann zum nächsten Spiel und zwar haben wir Feed the Kraken gespielt. Feed the Kraken hatte ich, glaube ich, mal berichtet, auf der letzten Berlin Con habe ich das das erste Mal gespielt. Und jetzt haben wir es noch mal gespielt. Wir haben es diesmal in einer kleineren Runde gespielt, als ich es vorher gespielt habe, nämlich zu sechs. Ich konnte leider die drei, die noch da waren, nicht davon überzeugen, mitzuspielen. Äh, muss ich sagen, ja, ihr habt leider wirklich was verpasst, falls ihr das Video jetzt guckt. Das war eine richtig geile Partie. Ähm, vielleicht finde ich das aber auch nur so gut, weil ich tatsächlich als Kultist, ähm, es wieder geschafft habe, alle zum Narren zu machen, quasi. Zumindest die Segler und, ähm, ja, den Piraten, der noch übrig war. Es war wirklich richtig witzig. Und, ähm, ja, wir haben zu sechs gespielt. Dann sind immer zwei Segler dabei und zwei Piraten und ein Kultist. Das war ich dann tatsächlich. Ich hab's, ähm, ja, also, was machen wir? Wir fahren mit so einem Schiff durch die Gegend. Es gibt immer einen Käpt'n, einen Navigator und einen Lieutenant. Und die suchen da mit so einem Kartenmechanismus immer auf, in welche Richtung wir fahren. Fahren wir eher so Richtung, äh, Seglerhafen? Fahren wir eher Richtung Piratenbucht? Oder fahren wir eher Richtung Kultistenhöhle oder so? Und, ähm, dann hatten wir es so weit, dass wir, äh, tatsächlich einen ins Wasser schmeißen mussten, weil wir, ähm, auf so'n, auf so'n, ähm, auf so'n, ähm, auf so'n Kraken gekommen sind. Dann haben wir den Piraten, äh, ins Wasser geschmissen. Ich hab's leider, ich hatte mich angeboten, mich zu opfern für die Crew, aber es wollte irgendwie keiner machen. Dann hatten sie mich wohl, äh, irgendwie auch schon als Kultist im Verdacht. Dann dachte ich schon, ja, die Partie ist gelaufen. Und dann hatte ich aber Glück, dass ich einen Segler zum Kultisten machen konnte. Und der andere Segler hat es halt absolut null gecheckt, dass er jetzt Kultist sein könnte und hat ihm so blind vertraut. Und er hat uns dann quasi zum Sieg, ähm, ja, gefahren, geschippert. Und es war halt mega witzig so. Und alle so, was? Und, ja, richtig cooles Teil. Und es hat wirklich nicht lange gedauert. Die Regelerklärung hat eigentlich länger gedauert als das Spiel selbst am Ende. Aber da die Regelerklärung so super ausführlich war, wussten dann auch immer alle sofort, was gemacht werden muss. Überhaupt nicht kompliziert gewesen. Auch in dem kurzen Game hat man halt auch so ein paar weniger Plättchen auf dem Board. Ja, es geht einfach schneller. Aber war trotzdem echt eine witzige Runde. Also ich muss sagen, auch zu sechst mit dem kurzen Game kann man das super spielen. Ich muss jetzt mal überlegen, ob ich es mir irgendwie noch mal für die Silvesterrunde besorge, irgendwo herbekomme. Mal sehen. Auf jeden Fall Feed the Kraken. Richtig, richtig geiles Social-Deduction-Spiel. Muss ich sagen. Irgendwie so eines der besten, die ich, glaube ich, bisher gespielt habe. Ganz, ganz tolles Ding. Genau, Feed the Kraken. Dann zu einem kleinen Spiel. Das ist, glaube ich, schon ein bisschen älter. Und zwar Alone. Das ist so ein kleines, ja, was ist das? Das ist ein Kartenspiel, bei dem wir One vs. Many spielen. Und es gibt quasi, ja, einen, der irgendwie so ein Unwesen ist. Und dann gibt es noch so ein anderes Team, was zusammenarbeitet. Und, ja, dann sind die Teams wollen auf so einer Leiste vorrücken. Das Wesen will auf so einer Leiste vorrücken. Und irgendjemand, der dann als erstes irgendwie vorgerückt ist, auf so einen bestimmten Punkt, der hat dann halt gewonnen. Und dann ist es so, dass wir, ja, wir haben so eine Kartenhand. Wir müssen dann immer verdeckt eine Karte spielen. Und diese Karte sagt immer, zu welchem Ort wir gehen wollen. Und dann ist noch dieses Wesen da. Das darf dann auch immer einen Ort besuchen. Und dann darfst du noch so eine extra Karte spielen, die ihm dann nochmal andere Sachen erlauben. Und da muss man ja aufpassen, dass man irgendwie nicht auf dem, auf der Karte des Wesens landet, weil man dann irgendwie einen Lebenspunkt verliert und es dann hervorrückt. Und, ja, dann kann man irgendwie, gibt es verschiedene Orte, wo man sich irgendwie neue Karten kaufen kann, wo man, ja, verschiedene Dinge tun kann. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass es super hart ist, zu gewinnen. So, ich hatte nicht das Gefühl, dass wir den Hauch einer Chance hatten. Allerdings haben wir, glaube ich, auch als Team das alles zum ersten Mal gespielt. Und das Wesen hatte das, glaube ich, schon ein paar Mal gespielt. Ja, sehr interessantes Spiel. Ja, weiß ich gar nicht, ob ich das nochmal spielen wollen würde. So super begeistert hat das mich nicht. Aber, ja, ist halt so ein, war was anderes. So ein One vs. Many hat man ja auch nicht so oft. Daher wollte ich davon auch noch berichten. Und dann haben wir noch ein kleines Kartenspiel gespielt. Das nächste Spiel, nämlich Venturesum. Venturesum, auch ein kleines Kartenspiel, was ich tatsächlich relativ pfiffig fand. Also, da geht es darum, dass wir so eine, ja, Explore, was nennt man das auf Deutsch? Eine, eine, Exploration, eine, eine Expedition. Genau, eine Expedition, eine Expedition machen. Und diese Expedition besteht aus verschiedenen Leuten. Und wir haben am Anfang sechs Karten auf der Hand. Und das können, also die sind dann gemischt und es können verschiedene Leute sein. Man darf dann jedes Mal, wenn man dran ist, oder was heißt man darf, man muss jedes Mal, wenn man dran ist, eine Karte spielen, nämlich einen Typ, den man auf diese Expedition mitnimmt. Und dieser Typ hat dann eine bestimmte Fähigkeit. Das kann sein mit, ich zieh noch eine Karte oder ich nehm wieder eine Karte auf die Hand oder ich tausche meine Handkarten oder ich tausche ausliegende Karte mit jemand anderem. Und, ähm, und wenn man aber, man darf halt jeden Typie nur einmal mitnehmen. Und das heißt, wenn man dann Karten auf der Hand hat, die man alle schon dann liegen hat, also quasi kein Spielen kann mehr, dann scheidet man aus aus der Runde und muss sich dann ein, ja, so ein Unheils, so ein Ereignis nehmen. Das ist dann irgendwie so was, so ein Flugzeugabsturz oder irgendein Angriff von irgendwelchen, äh, von irgendwelchen Ureinwohnern oder was auch immer. Aber im Grunde genommen sind das dann einfach nur, ähm, ja, sagt es einem einfach nur, welche Karten aus seiner Expedition man abwerfen muss. Das macht man dann ganz dreimal. und, ja, alle Karten, die man sozusagen gesaved hat in seiner Expedition, die geben dann irgendwie Punkte. Da ist nur so ein Set-Collection-Mechanismus mit drin. Und, ja, das ist irgendwie ganz witzig, weil man auch so ein bisschen Karten hin und her tauscht, das ist so ein bisschen unvorhergesehen, so ein bisschen push your luck, das ist so ein bisschen random, aber irgendwie ganz witzig, dauert nicht zu lange, hat schöne Illustrationen und so. Also er hat mir wirklich ganz gut gefallen, muss ich sagen. auf keinen Fall ein Kartenspiel, was man hochgradig optimieren kann, eher sowas für Familien, aber, ähm, das finde ich auch immer ganz cool, immer so als Absacker oder so zwischendurch. Ähm, ja, Venture Sum hat mir gut gefallen, muss ich sagen. Ja, und als elftes Spiel haben wir dann noch am Ende das Kneipen-Quiz gespielt, das war quasi dann unser letztes Spiel, Samstagabend. Ähm, und, ja, Samstagabend war das. Wir haben es zu sechs gespielt, mittlere Schwierigkeitsstufe, ja, das ist halt, ne, man beantwortet immer fünf Fragen, äh, über fünf Runden und die beantwortet man kooperativ, hat dann immer Zeit, sich ein bisschen abzustimmen, muss dann immer einschätzen, welche Fragen man wie gut beantwortet hat, damit man, ja, die Flaschen, die, ähm, ja auch vorgehen, dann irgendwie diese, diese Plättchen für die Flaschen dann so sortiert, dass die möglichst wenig vorgehen und man selbst möglichst viel und, ähm, ja, hat wieder gut geklappt. Wir haben relativ locker, glaube ich, gewonnen. Wir hatten aber auch einen in der Runde, der tatsächlich, ähm, ich weiß nicht, aber ich glaube, das wird mein nächster Telefonjoker falls ich irgendwann mal mit Millionär auftreten sollte, ähm, ja, da muss ich sagen, der hat einfach auch sehr, sehr viel gewusst und, ähm, hat aber wirklich wieder Spaß gemacht und, ähm, das Coole ist halt, also, mal abgesehen davon, dass wenn jemand besonders heraussticht, dass er sehr viel weiß, es fällt es halt überhaupt nicht auf, wenn jemand vielleicht nicht so viel weiß oder, ähm, jemand, ja, also es ist dann halt einfach immer so dieses geballte Gruppenwissen und das ist halt cool, im Gegensatz zu Quizspielen, bei denen man irgendwie alleine gegen andere spielt, ähm, ja, deswegen, äh, Kneipenquiz, cooles Ding, kooperativ gegen das Spiel, ähm, ja, eigentlich so, finde ich, die beste Quizart, Kneipenquiz ist ja auch einfach, also, ich weiß nicht, ob ihr schon bei meinem Kneipenquiz wart, in, ähm, in der echten Kneipe, aber das ist halt auch immer super witzig und, äh, dazu irgendwie ein Bierchen trinken und so, dann fühlt sich das quasi auch schon wie in der echten Kneipe an. Genau, ja, und das war's, das waren elf Spiele, ich hoffe, das Video ist jetzt nicht zu lang geworden, ich fahre mal auf die Uhr, ja, 20 Minuten, ähm, das geht einigermaßen und dann, ähm, ja, hoffe ich, dass es euch gefallen hat, ich hoffe, es waren wieder mal ein paar Spiele dabei, ich werde auf jeden Fall von den Neuheiten, Starship Captains und Terrakotta Armee auch nochmal einen Zweiteindruck machen, ähm, quasi jetzt war und sehr spontan auch gespielt und so und, ja, ansonsten, ähm, freue ich mich natürlich, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt, lasst ein Abo da, macht die Glocke an, dann verpasst ihr kein weiteres Video mehr und jetzt, äh, falls ihr noch ein bisschen Zeit habt, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr auf ein weiteres Video hier bei mir klickt und zwar habe ich hier noch ein gespielt Video mit fünf weiteren Spielen, die ich gespielt habe und hier unten ein, äh, ein Video, was der YouTube-Algorithmus euch vorschlägt, ähm, sicherlich auch interessant und ansonsten, ähm, ja, bleibt gesund, spielt ordentlich und dann sehen wir uns vielleicht im nächsten Videos, würde mich freuen, bis dahin, ciao, ciao.